Ich hoffe, der reisst jetzt halt noch aus, oder? Da ist sie mich am Arsch. Ich weiß nicht, warum er hier ist. Ja, aber ich muss nicht in der Fokus machen. Ich muss das so machen. Und dann wieder einmal. Und dann wieder einmal. Ja, in der Fokus. Das ist ja, in der Fokus. Das heißt, Zucker ist in Österreich. Das heißt, Zucker ist in Österreich. Ich hätte gesagt, sie war der Gurt voll. Geht sie auch vor dem Rad, schon mit, mit mir, heim im Meidol. So ein Schüsschen ist auch der Teil im Arsch. Das ist hier ein Gulasch da. Es kitzelt mir nur Bauch. Zucker sieht sie als Knöschel, sie mein Wildbadum. Und schaukelt der Filo um raus. Es schiert den Löffel, glüht hart, schüttelt den Motor. Die Oma wendet sich und sie erblickt die Prozedur. Baby, spinnere mal schnell an Dutch-Krexen-Trug. Guys, I don't know what it's called in English, but it's like a little touch of ice right from the sky. Chessie out and over, baby, oh, siehe für die Beinbelover. Die Oma hat der Gulas gemacht, chessie out and over. Baby, oh, siehe für die Beinbelover. Oma, Kulash, yeah! Are you ready to do it one more time? 430.000 km von den Haaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017